Es wird Zeit für mich, eine Pause zu machen. Nicht, dass ich mich über irgendwelche Maßnahmen aus angestrengt hätte, aber ich bin für die nächsten drei Wochen im Urlaub. In derselben Gegend wie immer, mit genauso schlechtem Internet und ohne PC. Um den 3.7. komme ich wieder zurück. Ab da geht es also auch weiter mit dem gewohnten Ablauf hier auf dem Kanal. Dann dauert es auch nicht mehr lange, bis die dritte Staffel der Blauen Geschichten beginnt. Hoffe ich. Sollte so zumindest sein. Nun, fürs Erste verabschiede ich mich aber nun und wünsche euch eine gute Nacht.